Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Heute haben wir uns zwei gute Tore erspielt, haben gut den Ball kombiniert und dann ein sehr blödes Gegentor kassiert. Wir waren schläfrig in der Abwehr und ja. Ja, dann in der zweiten Halbzeit wurde es besser. Wir haben gut den Ball laufen gelassen, wie auch in der ersten Halbzeit. Dann haben wir gut gepresst und dann das blöde 2-2 bekommen. Oder später mit einer krassen Vorlage, dann das Breitschwall. Ah ja. Ja.